Nuketown In unserem Fall spielen wir heute Stellung. Mit dabei ist wieder Naichen, Erzio, Ghostie und meine Wenigkeit. Schaut nach dem Chaos auf Nuketown später gerne auf unsere Tschutschkalene vorbei, die ihr in der Videobeschreibung findet, um dort weiter Chaos zu stiften. Für noch mehr Chaos lasst noch ein Abo für diesen Kanal da. Ich wünsche euch nun ein chaotisches Vergnügen in diesem neuen Video. Oh, sitzt er, sitzt er da hinten in dem kleinen Häuschen da hinten, der Snipper. Boom! Schau mal, wie sehr. Oh, ne. Was hat denn der... Ach, Mann. Habe ich nicht schön die Granate in den Kopf geworfen? Ey, Jungens, ihr müsst auf den Punkt drauf und nicht da hinten sitzt und kehrt. Das ist wie bei Battlefield, manche sitzen nur am Maprand rum und helfen dem Team nicht. Stellung lokalisiert. Mhm. Ein paar Runden, aber unser Team irgendwie dem Geist gemacht hat nur 6 Punkte oder so. 200. Kurze Nachlarm, kurze Pause. Schade. Nein. Hau auf, dass du kämpfst. Achso. Ah! Oh! 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 Der Käfer war ein Traitor. Oh! Oh! Ach, der hat sein Barotgewerbe doch. Was? Wer bin ich aber online setting? Oh nein! Meine Vorräte liegen natürlich auf der anderen Seite jetzt! Was machst du denn, Junge? Oh! 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 Ich hab's die Falle von den Vierts geholt! Stellung gesichert! Ist eh nur ein Bogen! Ich bin zu gut unterwegs! Oh! 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 Nein! Ich hab' mich selbst geblendet! Komm! Oh! Gegenverständ? Ja! Ghosty hat's auch öfters gestern hingekriegt! Auf die Nase! Ohja, ist gut! Ogen drin! auf die nase nein nicht auf die nase schade noch komm a du snipper ja auch den störe zerstört aber nicht schade was mögen die an diesem haus guter treffer aufs ziel ich muss den einzelnen schießen mit der sniper können sie Ja Ah, ich seh nichts. Oh, bin ich geflogen. Oh nein. Ach, sitzt du doch nicht da innen. sitzt du nicht bei den Sekten, ey, wo du hingehörst, ey, bitte. Au. Drohne. Ach, komm. Ach so, das ist... Entschuldigung. Granate. Oh. Äh, muss ich fertig gehen. Uff. Blende, der haben wir mich schon noch. Norma. Ich bin jetzt ja schon wieder gegangen. Ja, ich bin jetzt wieder gegangen. Nini, vielen lieben Dank für deinen Raid. Stellung identifiziert. Eidor. Jetzt hat es einfach schon noch gelesen. Oh, lol. Da hat es mich zerlebt. Ach, er lebt halt noch. Immerzeit auf einer meiner Macht. Nein, meine Rakete. Freiner. Fertiges Spionageflugzeug über euch in Position. Ach komm, warum musst du da hinten campen, ey? Okay, dann. Was sind denn da Riff-Plieger, ey? Oh, lol. 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 Alter, was geht bei dir abgerade? Das ist nichts Besonderes. Ja, aber dein kompletter Bildschirm ist weiß. Halbem Weihnachtsbänderung. Halbem Weihnachtsbänderung. Ey, das ist eingestellt. Ich weiß. Boah, war geblendet. Boah, war geblendet. Oh, Granate! Meine eigene. Nein. Nein. Aber jetzt auf Gruppe 1, dieses Person, aber jetzt wird nur... Oh, Komplex. Viel Dank für dein Abo. Und hier hat man nur noch einen. Ich bin ja viermal. Ja, voll. Halbem, wieso schießt die Reife mit Gerechtigung an? Ah! Ich kann auch schaue, aber was machen wir jetzt schon. Was kann jeder denn machen? G-Tin? Ob. Ist Geschichte. Aua! Gute Arbeit hier. Sauber und ohne Probleme. Der Sieg gehört uns. Das wollen niemanden überraschen. Schon jetzt oder nicht. Du schaffst das. Bein Kontakt bestätigt. Schöne Kugel. Ach du bist zufrieden. Wille darf ich ja gehen. Ohne wie ist ja. Ohne schlechte.